Und ihr seid also die letzten Expandables. So ist es. Anfangs waren wir fünf und am Ende 22. Barney hängt immer noch die Hundemarken auf. Er sagt, wenn er hört, wie die Dinger klimpern, erinnert er sich daran, dass unsere Brüder noch da sind. Irgendwo. Komm schon, Wikinger. Reich dem alten Haut irgendein Messer. Deine Marke hängt sonst vielleicht auch bald da. Und klimpert. Dingeling. Dingeling, Dingeling. Nach Gebrauch wieder Schafen. Um Feeling like's- Ich sollte auf jeden Fall gehen. Und wie? Äh, ich werde mich schon! Ön Gedanken lernen. Vielen Dank.